Es ist vollbracht. Der FSV Glück auf Brieske-Senftenberg hat seinen 3. wettkampffähigen Fußballplatz eingeweiht. Der Kunstrasen in der Elsterkampfbahn wurde am 17. Mai offiziell übergeben. Trainiert wurde auf dem etwa 100 x 70 m großen Platz bereits seit April. Die G-Junioren der Briesker Knappen hatten nach dem offiziellen Teil auch sichtlich Spaß auf dem neuen Kunstrasen. Im Einweihungsspiel trafen sie auf ihre Gäste des Senftenberger FC. Eine weitere Einweihung gab es unmittelbar neben dem Kunstrasen. Dort präsentierte der langjährige FSV-Sponsor, die KWG Senftenberg, die erste Werbebande am neuen Platz. Genutzt werden soll der vorrangig vom FSV-Nachwuchs. Bei den Briesker Knappen trainieren und spielen Kinder und Jugendliche in insgesamt 14 Teams.